Premiere feierte nicht nur der neue Cayenne auf der Baustelle der neuen Trierer Destination Porsche, sondern auch das Wetter zeigte sich von einer ungewohnt regnerischen Seite. Das konnte die Stimmung nicht trüben, denn Geschäftsführer Edmund Weiß wusste seine Gäste zu verwöhnen. Mit kulinarischen Delikatessen des Trierer Sternerestaurants Bäckers und Weinen des vom Feinschmeckermagazin Neugekürten Winzer des Jahres 2023 Roman Niewodnitschanski. Die Version wollen wir Ihnen nun präsentieren. Wir präsentieren den neuen Cayenne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017